Zivilgespräch Was war ein paar? Dann war ich so Stopp! Los komm geht alle aufbereit Neue Runde, Alter Ich will es mit dem Pro Los komm geht auch bereit Alex Alex, die aufbereit Sonst kommt schon die Runde Armin Ohhhh Plus 30 Income Welcome to PUBG Mobile Ey, ich glaub der spricht nur Amerikanisch Kann das sein Nummer 1 Was in der Tür spricht? Do you speak German or English? Uh, English Okay, geil Okay, nice Can you invite me to fly with you? Ja Spendert You make livestreams You make livestreams, right? Yes Uh, on that Arcade? Yep Oh, I know you I'm a subscriber of you Well, I appreciate that, man Yes I don't know who you are I don't know where you are But I'm gonna kill you No Lissa I don't know I don't know what you are I don't know what you are Alex, you can't tell me Alex, you can't tell me Alex, you can't tell me It's okay I can't tell you Okay 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 You live in New York or? Me? New York? No, no Are you living there? Nope I live in Delaware Delaware? Yep Oh nice How about you guys? Germany Nice Near Berlin Near Hamburg, Berlin Yeah I'm from... Lola I'm on 7th We'll hit this compound And then move into... Okay, yeah Yes You see, Alex Even he does that He doesn't go directly into the right houses ger, looted erst mal so ganz schnell, dann geht er dahin Auf Ehre Was mag ich denn? Ja, du machst das, was der Poor macht Ganz schnell looten, Waffen holen, dann... ja jetzt kann ich auch reingehen weil ich einen muni habe das ist gar nicht und Waffe du Junge also du hast ein Gegner echt jetzt oh danke 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 hat er hier NEIN sorry beruhig dich chill 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 niemals aufregen niemals runter hier ist er live für mich ich bin Warnhead ey Asyl Granate rechts neben euch lauf weg lauf weg ich sag's auch noch ich hab Warnhead Junge da kommt noch rein D&D please revive me please revive me Ami warte ich hab äh ich hab alles in englisch have you heal number one ja eh do you have some heals for the number two hang on one second na no I don't he's a god mother fucker he's a god wofa fuck ich geh looten ok hey please revive me danke Alex auf Ehre hier kriegs mein Arsch rrrrrr rrrr 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 oh Digga überall schritte überall schritte überall schritte alles mann hier bitte ich geh in den Haus rein oben was was ist das maam ja danke wir wollen nicht zu vertreten hier schritte danke maam oh mein Gott hinter mir hat jemand auf mich geschonten Armin du sollst dich verhellen hab ich schon aber hab keine Tabletten gehabt mehr nicht das ist ja ist ja nich erotisch es ist ja ich hab gar nichts ich auch nicht man bespricht irgendwie sch guys closed close close yeah i'm coming ahja oh ok oh shit OH SHIT OH SHIT OH SHIT OH SHIT Ich habe mehr Heal, bitte. Close, close, close. Und wer ohne Heal? Und wer ohne Heal? Und wer ohne Heal? Aber ein Kerl habe ich Ehre genommen. Wir tun schon mal der Einzel. Da hat die Einer's Lauf. Das tut mir immer sicher der Teufelser. Ah-ah-ah-ah. What the fuck? Shit, 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 sh, shit, shit, sh... Okay, lets' push. DEFици道 oh my god wer's number one oh shit oh fuck sorry nONONONONONONONONO NOFORE i Due is shouldn't I get him the health .. ah gg Alle ein Like geben Hilfe los, das stimmt irgendwie, Herr Ja 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 Ja, ich bin auf Ready Überhaupt Alex noch drinnen? Keine Ahnung Ich hab ne Freundschaft an Frage Alex, nehm ich doch an Alex Alex Warte mal kurz Weg Oh Junge Thanks Cut Cut Das war's 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 유 Nein Nein Frage Oh, mein offen ist Where to, where we drop them? It's up to you. Where? Anywhere. Okay. Wow. I'm already here. Ich land uns schon gut, ich land uns schon irgendwo gut. Ich land uns schon irgendwo gut. Okay. Guys, jetzt muss ich noch mal schwitzen. Hey, let's go. Don't forget to show never the accuracy for something, I don't know. Ich verstehe immer noch keine Lichter. Ja, Alex, einfach chillen und niemals, niemals hier. Äh, wie soll ich das sagen? Echt nicht machen. Ich muss nicht spielen. Ich muss nicht spielen. Ich muss nicht spielen. Ich bin jetzt schon mal ein Todesrotter. Und wer? Ja, shit, man. Und wer? Unfair! 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 Ich wurde... Ich bin auf dem Dach gelandet! WTF! Ja, mal. Nice. Die haben mich gefüllt. Ja hinter die Hütte, die Malon! Alter! Das kann doch nicht sein.